Wir haben ein bisschen Glück hier, kann doch nicht sein. Wir haben ein bisschen Glück hier, kann doch nicht sein. Wir haben ein bisschen Glück hier, kann doch nicht sein. Wir haben ein bisschen Glück hier, kann doch nicht sein. Endlich Urlaubsgeld für Toronto, so was muss ich sagen. Oh, fuck. Okay, ähm. Wow. Mein Gott, es gibt eine Paysafe-Raffle. Ein Ticket ist umsonst, 25 Tickets max. Ein Punkt pro Ticket gibt mindestens drei Paysafe. Ah, fuck. Jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Wir haben ein bisschen welcher, aber fast keinen. Ich glaube, da ist es fast schon weg. Ah, wir haben noch 3.900 Wager. Ja gut, das ist ja kein Thema. Ähm. Ja, Final Scim, da muss auch noch. Ah, mei. Ja, da war echt ewig noch nicht gezahlt, die Slot. Schön. Ah, was Bits? Bits auch noch? Message irgendwas? Keine Ahnung. Ich nicht. Zu viel Spam hier. Ähm. Und du hast Taschengeld für den Unbekommen. Ja. Puskale vielleicht, ja. So. Äh, wir machen jetzt aber Lower Bits für den Rest vom Wager. So 10 Euro Bits. Geh nochmal schnell. Vielleicht geht er noch rein bis 26. Wenn er halt dessen noch einen Bonus gibt, ne? Das wäre dann halt noch Vollbild. Das war nicht, da war kein einziges Wald dabei. So, die Slot haben wir jetzt ausgenommen. Das war nicht so schwer. Wir machen jetzt mal realizierke einfach nur noch ein g GC. Bis zum súper Egenten. Nein, wir unterstützen любой noch... Mit unser dive, denn einfach ist kein Karmaet. Untertitelung des ZDF, 2020